Hey Leute, hier ist eure Was-Dame, das heißt M.H.Rox, ich will euch mal den Kanal zeigen von einem Instagram-Profil, und zwar von meinen drei Pflanzlingen, also Venus, Amanita und Betsy, und es würde mich freuen, wie ihr bei schauen werdet, wir heißen dort Venus, also sie heißen dort Venus-Amanita-Betsy, also Basti halt, wie hat es nun unterstrichen geworden, ähm, ja, schreibt euren Instagram-Namen bitte in die Comments, falls ihr mich, dann, falls ihr mich editet, dann weiß ich wer ihr seid, vom YouTuber her, das wäre nämlich nett, sonst weiß ich nicht wer ihr seid, und dann hab ich halt Befürchtungen, kann ich den nicht annehmen, weil, ja, genau, das war schon mein Video, bitte schreibt eben, wie gesagt, euren Namen, wenn ihr Instagram habt, in die Comments, dann weiß ich, wenn ihr mich editet, wer ihr seid, von YouTube, und, ja, bye! Bye!